Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Übersetzt von Warren Greens, The Englishman. Diese Woche Hard und Alone. Heißt übersetzt Alleiner. Eine Frau ist allein zu Hause. Und das gefällt ihr gar nicht. I hear the ticking of the clock. Ich höre das Ticken der Uhr. Liege hier in meinem schummrig abgedunkelten Zimmer. Wo du wohl heute Abend steckst? Keine geht ans Telefon. Und die Nacht vergeht so quälend langsam. Ich hoffe nur, sie endet nicht auch allein. Sie liegt wach, weil der Mann ihrer Träume nicht bei ihr ist. Dabei wollte sie ihm was Wichtiges mitteilen. Du ahnst nicht, wie lange ich mir schon gewünscht habe, deine Lippen zu berühren und dich fest in meine Arme zu schließen. Oh, du ahnst ja nicht, wie lange ich schon warte. Und heute Nacht wollte ich dir eigentlich alles sagen. Aber noch ist es mein stilles Geheimnis. Und noch bleibt meine Liebe für dich unbekannt. Allein. Sie wollte ihre Liebe gestehen. Bis hier waren ihr Männer egal. Aber jetzt ist alles anders. Bis jetzt bin ich immer glänzend alleine zurechtgekommen. Bis ich dich sah, war mir das eigentlich alles egal. Und jetzt fährt mir die Kälte in den Knochen. Wie soll ich dich nur kriegen? Allein. Wie soll ich dich nur kriegen? Allein. Was heißt das auf Deutsch? Jede Woche neu zum immer wieder Anhören in der SAW-Mediathek. Kostenlos auf radio.srw.de oder in der SAW-App für euer Smartphone. Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Übersetzt von Warren Green. Nur hier auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.